und ja willkommen zurück immer wieder hilfreiche tipps bekommen bin ich sehr dankbar drüber jetzt wollte ich gerade einmal was gucken ja ich würde mal sagen wir gucken mal was kaltana bekommt die nicht irgendwo verbraten hier ja hier verbrauchen alles frei ok wie spät haben wir es eigentlich schlafen feuerameisen keule habe ich eine keule dabei die keule und jetzt mal aufgewertet ok den sperr am besten auf frische skill hier ich brauche noch mächtige klumpen für ein stück mitnehmen ist doch hier das ist ja der rabe da oben hält das jetzt alles länger ist gut kühlschrank ist sogar mächtige klumpen muss ja auch diese kohle kohle dinge holen okay setzen wir mal neue sachen zum trocknen auf den schlafen und werden morgen gucken ob wir das katana bekommen das wird unsere tagesaufgabe werden so können wir noch was machen bis dahin pilz bei holzkohle asche gut läuft jetzt erstmal alles so ich wollte es einfach mal gucken kann ich jetzt von der feuer ja ich glaube das war man hat auch im teich die kamera gesehen mit dem wo wir jetzt in dem links hier waren bei dem stumpf in dem labor auch der eingang oben bin der meinung da gibt es dieses elf amulett wenn wir auch noch mal hingucken die feuer ameis rüstung wenn wir jetzt schon komplett bauen ich würde die gerne mal besten botten leggings okay genau wie das ja da brauche ich noch diesen kopf ein paar stück aber das werden wir hinten sowieso mitbekommen schütze mint okay ne ich brauche ich fünf stück für nö nö sonst noch was ja nö Also wenn wir da auch nochmal hingucken. Ich denke mal, wir können jetzt eine Runde schlafen. Dann werden wir nachher bis morgen uns der Sache einfach mal stellen. Wir müssen unbedingt dich füllen, unbedingt, hüpfen, hüpfen, Flasche voll, gut. So, hätten wir das, hätten wir das, hätten wir das. Wie weit sind wir hier? Minzjuwel. Ja, ja. Das ist hier auf Frische gehen, ne? Einmal kurz die Daten angucken. Und zwar, Daten. Wir hatten doch die, die hier, stechen und frisch. Das wäre es doch eigentlich gewesen. Hm. Ja, genau. Dann holen wir uns das Katana. Flächen und frisch. Ähm. Frisch. Frisch, zack, zack, zack. Fehlen so frische Batzen. Okay. Frische Batzen, da. Das eben schnell. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, gucken wir ganz dreist, wir nehmen was zu essen mit. Und gucken ganz dreist mal, ob wir das Amulett dort finden, wo ich das denke, den zweiten Teil. Gehen wir da nochmal rein. Und dann werden wir auch noch ein bisschen Spinnenmetzeln nehmen, weil wir den Speer auf Frische geskillt haben. Gucken wir mal, dass wir das Katana kriegen. Ich glaube, so eine Laus werde ich mir auch noch holen, als Haustier. Was braucht man das eigentlich für eine Leiter? Leiter. Wo sind sie? Gesehen habe ich euch schon. Da. Engel und Eichelkappe. Jetzt nicht. Später. Geile könnten wir ja auch mal wieder machen. Ihr macht das schon. Tschüss. Jetzt keine Zeit zum Spielen. Zack. Gehen dahin, dahin, dahin. Hm, essen. Gut, dann gehen wir nochmal zum Stumpf und gucken da einfach mal rein. Könnten wir denn nochmal gucken, ob wir eine Direktverbindung nach hier oben hinkriegen. Gehen dahin, 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 dahin. Wirrig. Da ist eine Feuerlameise. Na? Na komm, ja, hier vorbei. Auf deinen Kopf. Oh, der Stumpf. Ja, könnten jetzt schräg reinlaufen, aber... Hm, nee. Da ist ein Aggro-Käfer. So ein nice one, Kiefer. Ja, komm. Ja, komm. Wie? Ist so einer. Ich. Nee, so nicht mein Freund. Auf den Kopf. Nicht schlimm, kriegen wir alles hin. Wieder nichts zu essen bei, ne? Ja, ich soll doch nochmal auf meine Gesundheit achten, aber das ist mein großes Talent. Das dem nicht zu machen, ne? Da ist eine Asse. Das ist noch eine Arsch-Schmeise. Mit dir. Ich muss mich raten, ne. Och, wir können doch gleich gucken. Dafür haben wir sie doch. Ähm. Ähm. Oder mehr. Was tun wir? Hm, 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 hm. Parade-Meister. Sind wir eh gerade mit dem Ding hier mehr unterwegs. Hier sind Zehner, ich weiß. Ich will doch nur zum Stumpf. Ja. Ja. Ey. Oh, nicht. Ey, 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 ey. Ey. Dreckiges Vieh. Ich dreh durch. Oh, ich bin gleich hier. Obst. Komm, hol mal schnell. Ist der quasi gleich um die Ecke. Hier sind die Viecher schon wieder. Ich will auch nur meinen Rucksack haben. Der liegt da. Okay, ne, 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 mein Freund so nicht. Ja, komm, sofort die Abbruch. Ich hole ab. Hier sind zwei von denen. Tschüss. Ist da auch ein Wurmloch? Das muss ich mir da gar nicht was zu essen machen. Ich habe den Ratzen bei. Verdammte Axt. Ähm, Status. Spunde Verwüstung. Kleine Arme, große Muskeln. Ist nicht so das Geile, ne? Schiffverteidigung. Hier ist die frische Verteidigung, das ist gut. Weihresistenz, Brutzelschutz. Aufbruch, Erntetempo. Ja. Das ist nicht so das Wahre. Ich bräuchte... Bleibt es weiter aufrecht. Maximale Gesundheit. Ja, komm. Ja. Es ist ein Segel. Wir sind jetzt im Second Land wieder angekommen. Na komm. Wir haben jetzt Zähne. Und Pilate. So, gleich weggebrutzelt. Guck mal auf mein Zuhause. Da hinten. Da. Das, äh... Okay. Okay. Denkst du. Äh, ja. Okay. Okay, okay. Äh, wir stellen jetzt erstmal Bandzeug her. Oh. Mal da reingehen, wenn wir das wichtigste erstmal alles wegbringen. Ist das das? So. So, Schwert ausrüsten und... Dann gucken wir mal, ob ich recht habe, dass es da vielleicht das ist, was ich suche. Ich hoffe mal schon. Ich hoffe mal schon. Äh, dann hole ich mir erstmal die Giftresistenz, würde ich sagen. Oh, cool. Weg mit dir. Äh, die sieben. Mal ein bisschen gegenheilen. Mal ein bisschen gegenheilen. Aufstehen. Und ein Nervensäge. Und ein Nervensäge. Du bist einfach nur eine Nervensäge. ich habe euch schon mal gesagt ihr nev weasel Und wie schon gesagt, war das nicht das Bild? Müsste hier nicht der zweite Teil drin liegen? In der Theorie. Jetzt gucken wir uns mal ganz in Ruhe hier um. Das war doch genau das, was abgebildet wurde. Okay, Rüsselkäfer. Mantis, Forschungsnotiz. Ah, okay. Also können wir jetzt das Ding basteln, um den Mantis an... ...das Mantistier anzulocken. Hier noch nicht rein. Ich will doch mal hier noch nicht rein. Lass mich raus. Lass mich hier wieder reinkriegen, ey. Was ist das? Habe ich keine Wackel bei? Ich bin nur sicher, dass ich nichts übersehe. Aber... So, nee. Äh... Ja, hier lang. Dann nochmal rein. Das ist ja nicht das Problem. Ja, hier ist auch immer noch Zahn. Ach, komm. Ach komm. Schon. Weg, ich muss weg, ich muss weg. Dreckig. Und nochmal das Ganze. Ich sollte vielleicht auch mal einen Schluck trinken. Ich habe eigentlich keinen Helm. Ist ausgerüstet, ja. So, weil ich den einmal... ...geneuert habe. Ich bin mir immer noch sicher, dass das Ding hier zu finden ist. Jetzt gucken wir nochmal einmal ganz in Ruhe und lang. Hoffen wir nicht, dass welche noch reinfallen. Ich bin mir nicht, dass das Ding hier zu finden ist. Ja, hin. Ja, hin. Hin. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Bleib hier. Ich bin der Meinung, das ist hier zu finden. Und das hätte mir das sonst angezeigt werden müssen, sollen. Die Frage, wo? Deswegen will ich noch ein... Kann ich hier rüber? Da ist die Kiste. Guck mal eine an. Kräftiges Menschenfutter? Was ist das? Schadensresistenz heilt. Alle Zutaten normalen Lebensmitteln. Teil 2. Ich wusste es. Jetzt können wir hier auch wieder abdackeln. Ja, es wurde angezeigt an dem Fundort von dem linken, rechten, von dem anderen Teil. Das wird mir ja nicht ohne Grund angezeigt. Gehen wir erst mal ins Wasser. So, erst mal ins Wasser gehen. Äh, gucken wir mal. So, Bedrohung entdeckt. Ja, mein Beileid. Ich könnte ja schwimmen. Nee, Leute, ich hab grad keine Lust auf euch. Ist euch. Oh, ich hab beide Teile. So, dann gucken wir mal auf der Vergleiche, wo wir nur schlafen können. Oh, was ist da, Mamo? Tschüssi. Das ist der Donut. Das ist doch mehr, Oberstzahl Mamo. Genau. Gut, dann haben wir alle voraus. Irgendwas blöd. Ja, 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 ja. Gut, das war mein Zuhause. Ich wohne. Nee, doch nicht. Ähm. Ah. Hier war so ein fetter Käfer. Nee, nee. Lasst euch jetzt mal euch selbst sein. Oh, Gott. Oh, Gott, keine Lust auf euch. Gebt mir halt nur hart auf die Eier. Da ist mein Zuhause. Kann ich bis morgen schlafen? Bis morgen schlafen. Und Leute. Und... Ich würde sagen, ich mache der nächste Folge weiter. Bis denn. Ciao. Hallo. Untertitelung. BR 2018